Zum Scannen eines Mitgliedsbildes klicken Sie das Mitglied mit einem Doppelklick an. In den Mitgliedsdaten wechseln Sie auf die Option Bild. Sie können über den Schalter Einlesen ein Bild direkt von einem Scanner oder einer Kamera einlesen, wenn ein passender Treiber installiert ist. Alle Bildquellen, die Sie in der Belegarchivierung verwenden können, können auch zum Einlesen eines Bildes in die Mitgliedsdaten zum Einsatz kommen.